Am besten du setzt dich da gleich durch. Hast du dein Schoß? Ja sicher, dann kann ich da die Kopfhörer auf behalten und kann weiter chatten wenn du da auch machst. Komm vorbei. So. Warte ein Moment, du bist schlecht in der Kamera. So, da musst du, wir müssen, warte ein Moment, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Haha, drin ist er. So, bitteschön, viel Spaß. Endlich schwer da, wenn du scheiße ziehst, um das Geld anderer Leute. Hat die sich jetzt extra für die Chem noch schick gemacht oder was? Ja sicher, das ist ja ein eitles Drumhoch 3. Kannst du mit der Space-Taste machen, dann gehts schneller. Loll bis zweimal. Was? Ja, da. Oh, entschuldige. Space-Taste, Space-Taste, Space-Taste! War 22, ich weiß, ja. Trotzdem geil. Mit der Space-Taste, Schatz, es geht noch immer mit der Space-Taste. Du musst lieber ein bisschen weiter rüber rutschen, sonst zieht dich ja keiner. Aber du hast einen Golden-Knife-Jug, ja super, wenn das toll wäre, würde ich mich freuen. Ja? Wer? Kannst du alles mit Space machen. Ja, wenn sie jetzt Mali-Gos kriegt, das hätte ich nicht machen sollen. Mali-Gos, aber wir geben nicht damit gleich hin, dass sie wirklich donatet, ja? Das ist bis jetzt übrigens ziemlich wenig, was du da rausholst, ja? Ja. 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 Ja, wie du schaden, schon mal Nummer 1. Ist es grundsätzlich schon einmal in Ordnung, ja? Ist es grundsätzlich in Ordnung, darfst du weitermachen, ja? Mach weiter, mehr Legendaries, ja? Ich muss auch den Chat lesen. Jaja, du musst den Chat nicht lesen, das ist Legendary-Karten da. Wozu glaubst du sitzt du da? Ja. Lay on Hands, ja? Na ja, gut, das ist in Ordnung. Du musst halt darüber, sie sehen, ich muss den Chat nicht, ja? Da rutsch runter, geil. Ist wieder Epic. Wieso ziehst du... Ah, das haben wir schon leider, ja. Hm? Oh, Fairy Spirits, das ist nicht gut. Ich mag das CS-Bild von mir an. Oh, weh, weh! Ach du Scheiße. Ja, die zwei Angler waren cool. So, Ned Peggy war aber grundsätzlich schon recht sinnvoll, ne? Hast ja einen guten Moment abgepasst, doch? Ja, da hat der Stream gerade gehen. Moment mal, ich muss mal kurz den TS-Bild anfangen. Zeig mal. Oh mein Gott. Ja, doof gelaufen, kick rein, weiter machen, ja? Golden Malygos wäre eine Geschichte, aber du kannst auch Golden Ragnaros, wäre auch in Ordnung, ja? Ich würde mich mit Golden Ragnaros auch abfinden. Da muss ich vielleicht drücken. Das war eine schlechte Runde, ja. Also dich überbietet die noch mit Legendaries ziehen. Naja, du hast 6, oder? Ja, ich hab 6. Ich mein dich. Ich auch. Ja, 6 auf 80 Packs hast du, du Nase. Nein, ich hab im Moment 5 auf 120, ja? Oder so? Ja, ist irgendwie super optimal rennt das gerade, Leute. Es rennt 8 wirklich super, epic. Oh, Gladiators Longbow? Hä? Warte, Moment, Moment. Hat der nicht voll 7 2 gehabt, der Gladiators Longbow? Nein. Echt? Okay, dann hab ich mich einfach geirrt. Oh Mann, er ist tot, um sei Dank. Ich habe eine Karte zu machen, Schatz. Silenced Minion. Moin sicher. Da ist noch eine Karte zum Aufmachen, Schatz, ja. Ja, ich bin fertig. Demp, bluat ihm. Komm, fü- Oh. Oh, den Define is really, den Gold ist doch cool. Golden disenchanted an nichts Rathaus, oder? Ja, du kannst es auch machen. Ja, aber nicht aktiv macht das nicht. Doch, wenn du doppelt hast, ja klar. Ja, aber nur doppelt Golden dann. Ja, ja, nur doppelt Golden, der zieht das extra. Na, Release-Datum gibt's noch keines, ja? Schatzi, 2 pro 40 ist die DAX mit Legendaries, ja? Du hast jetzt eins, Schätzchen. Du brauchst noch eins. Wir haben ja noch 11 Karten. Nein, wir haben technisch 55 Karten, ja. Aber wir haben noch 11 Packs, das ist richtig. Ich glaube... Wird für den Moment zahlen. Wenn sie 2 in 1 Pack rausholen. Na, bis jetzt hat das nicht so, dass wir sie 2 in 1 Pack rausholen. Mal ein paar im Warlock. Ich glaube, wenn ich Füße schlafen gehe ich an. Wieso können deine Füße einschlafen meine schlafen an? Was hat er? Golden Rare? Ah, den Demolischer in Golden. Nee, bitte. Ja, auf die letzten Facks kommen jetzt. Den habe ich schon. Schatzi, nicht laufen drüber. Ja, das funktioniert ja gar nicht. Ja, das funktioniert ja. Ja, das funktioniert ja. Ja, das funktioniert ja. Epic, Force of Nature... Oh, Force of Nature ist ganz wichtig. Äh, witzig. Na, geht doch. Was ist da? Das ist Captain Greenskin. Ja, besser als gar nix, oder? Nein, der ist scheiße. Ja. Aber wir haben die 6... Hehe. Wir haben die 6, genau. Ich will nicht sagen, ne. Hey, du hast zweimal den Ancient Brewmaster. In einem Superschatzi, ja. Ach Gott, das ist das... Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Du musst ja da vorbei. Ja, Gott, das will nicht. Ja. Ja.